Guten Tag miteinander, liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich heisse, mein Name ist Oliver M. Gutz, ich spiele bei der Gitarre, äh, äh, bei der Gitarre, nein, äh, okay, lass noch mal gehen. Guten Tag, liebe Freundinnen, liebe Freunde, mein Name ist Oliver M. Gutz, ich spiele Gitarre und singe bei den Aeronauten und, äh. Ich bin der Roger, ich spiele Saxophon bei den Aeronauten. Oliver hat noch einiges vergessen, er hat produziert und nimmt auch die Platten auf, die wir da vorne haben. Genau, wir wollten ja eigentlich unsere Platte anbreisen, sie steht da vorne. Ähm, tanze bitte das neue Album kurz vor, okay? Welches Lied von einem anderen Künstler wünschst du dir selbst geschrieben zu haben? Ja, Paul Simon. Paul Simon? Eppis von Paul Simon, äh, Song about the Moon. Hättest du gern geschrieben? Ja. Kenn ich gar nicht. Der ist wahnsinnig schön. Kannst du dich erinnern, wie es war, nicht berühmt zu sein? Ich bin immer extrem berühmt gewesen. In meinem Haus und in meinem Block haben mich alle gekannt. Ja, meine Mami und mein Papi, die haben einmal gewusst, wer ich bin, bin ich heissen, wenn ich Geburtstag habe. Erzähl uns von deinem grössten Versäumnis. Ich hätte irgendwie früh genug gesollen anfangen mit, äh, mit extrem reich werden. Und, äh, vielleicht ist es aber auch ganz gut, dass ich das verpasst habe. Sonst wären wir jetzt, glaube ich, nicht in dieser Band. Wir schenken dir 100 Franken und eine Stunde ohne Verpflichtungen. Was machst du? Ich gehe am Bahnhof und, äh, kaufe den Surpreis, verkäufe alle Surpreis-Ausgaben ab. Ich gehe in den Plattenladen. Wer wird deiner Meinung nach total unterschätzt? Ja, die Aeronauten natürlich. Gut. Okay, jetzt ist es wirklich Zeit, um abmoderieren? Ja, das wäre es gewesen. Das wäre es gewesen, mit Aeronauten. Liebe Freundinnen, liebe Freunde. Hier, der Pfingstleitz-Strauss für Watson. Ihr solltet unsere Platte kaufen. So bestellt, so gemacht.